willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten und ich wollte heute meiner frage nachgehen denn am wochenende hat mich einige einiges oder etwas ganz bestimmtes nicht losgelassen nämlich unser vorletzter beziehungsweise ne ist eigentlich unser letzter klank hier im clan free to play hier ist übrigens noch platz also wenn ihr einen charakter habt der apple level oder ab rathaus level 6 also normales dorf nichts gerasht ist dann seid ihr herzlich willkommen wir sind 35 von 50 und würden uns freuen wenn wir hier mal wieder einen größeren klank krieg als so 20 30 spielen könnten das nur ganz kurz dazu werbung auf aber der unser letzter klark krieg ich meine wir haben ihn gewonnen die die im live stream noch mit dabei waren wo wir das nicht ganz geschafft haben weil das dann mitten in der nacht ausgelaufen wäre den sei gesagt wir haben ihn in jedem fall gewonnen gegen den clan seven vor er war denn die waren sehr sehr gut aber was was mich wirklich gewurmt hat ist dass die ständig kobe genommen haben das hat mich so also es hat mich wirklich unheimlich geärgert und ich war auch ziemlich ange ihr wisst schon was ich meine denn ihr seht das da oben gerade wie drei da oben werden hier gelegt und auch der chefkoch wurde hier gelegt mit go vibe ich konnte gar nicht glauben deswegen ist irgendeiner hat dann gesagt im live stream go vibe im rathaus neuen bereich ist pecker smash nicht beckers beschuldigt jete smash jete smash und ich konnte selber gar nicht glauben okay ich liege jetzt mal meine base ist gar nicht mal so schlecht die hält eigentlich ganz gut die habe ich jetzt seit zwei oder drei cks drin aber sind wir mal ehrlich ich wollte jetzt gerade sagen fanden ist ja nichts aber irgendwie schickt er seine truppen hier einfach rein und in zwei golems einfach so die die pecker mit hinten dran und dann geht das hier irgendwie munter durch die base durch mit erdbeben zauber die mitte einfach aufgemacht ja und dann gehen die hier spazieren die hier mal eben so durch und ich habe echt die krise gekriegt weil ich will jetzt nicht sagen da baust du hier bases gegen alles du brauchst gegen gola loon du brauchst gegen gohawk gegen queen charge lalo und also was aber an diese kombination hier da denkst du gar nicht dran dass sich jemand mit go vibe angreift da denkst du gar nicht dran und hat aber gar nicht schlecht gemacht und beziehungsweise haben die gar nicht schlecht gemacht denn die haben das alle gemacht da oben ich meine irgendwann hat es dann nicht mehr funktioniert muss man auch ganz klar dazu sagen irgendwann hat das nicht mehr funktioniert nämlich in dem moment wo die helden nicht mehr so hoch waren also es gab dann auch die hatten keine hohen helden oben im rathaus neuen bereich also der hier hatte die allerdings auch ihr seht das aufgebläht mit einem machtrank bzw mit dem heldentrank und deswegen hat das irgendwann mal nicht mehr funktioniert denn mit seiner achter queen und mit neuner king oder sowas oder zehner da ist es dann schon ein bisschen schwieriger gerade gegen eine clanburg anzustinken also das wisst ihr selber mit so einer sechs siebener queen dann kommt dann ziemlich starker drache aus der clan guckt da braucht die queen schon ein bisschen für und da hat das dann nicht mehr funktioniert aber ja hier oben hat das funktioniert und ich bin jetzt nicht umsonst auf den zwei socken denn ich will das natürlich heute mal checken wir sind zwar nicht im aktuellen klankrieg weil der ist jetzt erst gestartet aber da sieht es auch wieder sehr sehr fair aus und wenn ich von fairen klankriegen spreche dann meine ich damit dass wir jetzt im aktuellen klank also wie gesagt hier haben wir noch mal echt cool gewonnen muss man so sagen und was hatte ich im discord gesagt silke hat noch mal durchgewischt ja ich hatte hier unheimlich unheimlich geile fehl's an dem an dem abend in dem live stream der live stream ist übrigens live ich glaube das ist der live stream der jetzt auch live ist ja ich meine dass es der der live ist müsste mal in meine playlist reingucken beziehungsweise ich habe den live stream ja von twitch übertragen das konnte ich diesmal mal wieder machen weil ich weil ich nur gute musik da drin hatte und dann wird das video nicht sofort mit urheberrechten gesperrt und dort so relativ so die letzten anderthalb stunden da habe ich ziemlich viele fails hingelegt also so knappe angriffe mit rathaus 9 auf so eine base wo ich mir eigentlich so ultra sicher war aber vielleicht ist man sich manchmal auch ein bisschen zu sicher aber wie gesagt silke hat hier schön aufgeräumt dann am ende und hat ihr noch mal die letzten sterne mit ihren zwei accounts hier rausgeholt und der gegner hat dann gar nicht mehr angegriffen ich habe das eben glaube ich gesehen im result einige angriffe haben die gar nicht gemacht aber sie hätten es dann auch schon recht schwer gehabt das ganze denn noch mal zu toppen und wie gesagt irgendwann funktionierte dann auch deren go weib nicht mehr glücklicherweise ich habe mich ja oft auf diese base ja auch abgekampft mit irgendwas mit queen charge luft und sowas die auch hocks nehmen können warum nimmst du keine hocks tut oder rechts im bild ist ein hog rider den habe ich euch heute mal so eingeblendet als würde er aufs dorf aufschlagen oder zuschlagen naja ich will das gleich mal probieren mit dem go weib ich habe zwei armeen vorbereitet beziehungsweise ich habe natürlich go weib vorbereitet aber ich habe jetzt eben gesehen der gegner hatte immer einen etwas stärkeren pecker in der clanburg und einen fries zauber glaube ich der ziemlich hoch war also ich habe da muss ich mir jetzt eben gleich mal die passenden truppen spenden dass das hier auch funktioniert beziehungsweise dass ich dann auch so ähnlich rüber komme wie der gegner ja rüber kam dafür habe ich den barfluss eingeladen aber ich gucke wir gucken kurz den angriff zu ende sieben sekunden und golem als clean up das auch edel würde ich sagen wenn der golem hier mit clean up macht aber schön gemacht hier und wie gesagt haben wir noch umgerissen das ding dementsprechend bleibt unser lock auch grün und aber ihr seht hier das team hat jetzt nicht mehr wirklich angegriffen und bei uns haben sie ziemlich alle ja hier unten der red balloon nicht ist aber nicht so schlimm ich nehme im moment ja rote mit auch der bruso oder thiele die sind alle scheinbar rot und haben keinen bock oder so keine ahnung wir spielen zurzeit nur 30er ich nehme die einfach alle mit wir kriegen das irgendwie immer kompensiert und der klag krieg hier sieht sehr sehr fair aus ihr wisst oben sind wir nur neuner unten sind wir bis rathaus sechs glaube ich ja bis sechs ne der bob ist ein siebener ja der bob ist auch schon siebener der gegner hat jetzt unten nur achte aber das kriegen wir irgendwie gebacken oben hat er zwei zehner die sind jetzt nicht so stark das kriegen wir irgendwie hin aber wir kriegen jetzt erstmal nur weib hin würde ich sagen und ich requeste mal uns gift zauber hoch natürlich nicht sondern pecker und was hatten die immer dabei frost pecker frost und das kann ich mir jetzt auch geben ich habe es natürlich vorbereitet irgendwo muss ja immer so ein bisschen auf auf die folgen vorbereitet sein und dann nehmen wir die dann trainieren wir das noch mal nach so und dann gehen wir meine gegnersuche rein würde ich sagen wir haben jetzt ein go vibe am start und zwar exakt so wie der gegner das gemacht hat ich pushe jetzt meine helden nicht ich nehme jetzt kein machtrang oder sonstiges das muss hier funktionieren und ihr seht dass ich habe allerdings erst ich habe erst zweier golems naja okay ich habe erst zweier golems setzte ich hätte dann auf den chef koch wechseln müssen der hat vierer golems aber der macht im moment nur clanspiele im nachtdorf weil der auf rathaus level 10 geht und die ganzen min und sammler sind alle pickepacke voll deswegen wollte ich mit dem das eigentlich nicht machen aber das ist eigentlich eine schöne base hier das ist eine schöne base die machen wir mal so sowie der gegner das macht obwohl das nicht so die klassische go white base ist also wir nehmen aber trotzdem hier einmal zwei davon mit rein und da hatte haben die mal 22 packer einfach so gesetzt so die mauerbrecher muss ich jetzt gerade mal ein bisschen genauer setzen aber da kann eigentlich nichts sein und ja das lager da muss noch weg dann geht der king auch richtig rein dann machen wir uns das hier einfach nur auf zwei von denen rein clan burg ein paar magier noch ich weiß nicht ob die was im als magier eben in der klaren buch hatten beziehungsweise ob die was die immer hier hatten okay oder giff war blöde sie gerade aber die haben immer wir haben immer einen heilzauber mit gehabt so schlecht sieht das gar nicht aus aber wo wo könnte ich jetzt den wut hier ansetzen damit er gut kommt da glaube ich kommt der gut ganz gut ich habe jetzt noch ein frost aber ihr seht das in diesem dorf funktioniert das nicht richtig also schwierig mit dem go weit würde ich sagen schon eher schwierig ich muss jetzt mal gucken ich glaube ich hier muss ich mal friesen aber sonst stirbt meine queen sonst stirbt meine queen und die kann vielleicht noch das ein oder andere gebäude schaffen ja schafft sie auch dahinten den magierturm und die außen nehmen wir mal den bogey als clean up hat die golems tanken da noch ganz gut ist da noch ein pecker zwischen ja oder ist noch ein pecker ist dabei ja okay jetzt man die golems hier auf zwei seht ihr die haben jetzt doch ganz gut durchgehalten vielleicht jetzt hätte ich sagen können ich kann auch ein golem mitnehmen ich nehme ein golem mit in der klaren buch und dafür ein pecker weniger oder so oder anders so ich ein pecker mehr und dafür ein golem in der klaren buch das ist unterschiedlich ich wollte ja letztendlich nur diese strategie hier testen ob das jetzt wirklich der neue jedi smash für 1009 ist oder ob das alles nur schwindel war und ich hatte irgendwie nur einen schlechten traum keine ahnung okay die drei pecker gehen hier außen jetzt darf natürlich nicht irgendwo ein böhmchen liegen für die beiden magier dahinter es gibt keinen flächenschaden mehr also kein magierturm der mir jetzt die magier hier mit kaputt macht und allerdings dieses lager dort das steht jetzt schon wieder so tief dass die magier da gleich nicht rankommen aber sie müssen noch mal durch eine wand 39 sekunden aber hinten da brennt nichts an hier mit drei peckers noch okay naja wir haben ja noch ein angriff und ich habe gleich auch schon wieder truppen fertig ich muss auch angreifen denn ich habe mache mir immer extra zeitdruck ich mache mir immer extra zeitdruck ich habe ein kleinspiel angenommen wo ich ein bisschen dunkles in einer stunde fahren muss und ich glaube die stunde ist gleich mal wieder um und ich habe mal wieder nichts gefahren und muss dann noch muss das dann entweder raus kaufen oder aber ja jetzt müssen die da noch mal hin okay aber sagen wir mal sind wir mal ehrlich mit ein paar sekunden mehr dann hätten wir das lager hier auch geschafft also so sind es 99 prozent das hilfen ist natürlich nicht im klaren krieg er hat jetzt keine klaren burg aber naja okay ich nehme go vibe immer ganz gern zum fahren und ich muss jetzt noch ein ag machen in ja okay halbe stunden haben wir noch zeit das ist easy peasy dann nehmen wir den ruhig noch mal mit dann hatte ich euch das eben mal ich kann ja jetzt auch ersten zehn minuten wieder wieder anstellen farmen ja da kriegt er gleich was der siegeber das nachher hat er kriegt gleich was anderes von mir und da mache ich einen kurzen cut und bin dann gleich noch mal mit dem nächsten go vibe da aber ihr könnt mir gerne mal in die kommentare schreiben ob das wirklich eine gute angriff strategie wieder geworden ist also nicht dass sie ich schon immer war aber ist es wieder geworden denn so ein go vibe war ja lange raus und wir bemühen uns immer so ganz schicke angriffe zu machen so ganz stylisch und go hoc und go la loon und so und dann kommt irgendeiner go vibe naja kurzer cut und dann sind wir uns zum zweiten angriff ja da ist da ist unser opfer naja opfer sei mal dahingesagt ist auch wieder eine komische base allerdings ja ist schon so ziemlich max die x mögen ok da ist einer am ausbau da haben wir die queen und da haben wir die clan burg eigentlich ist mir die queen egal wenn ich hier mit dem packer sowieso in diese base jetzt so einen rundgang mache das stört mich die queen eigentlich gar nicht und jetzt lass mich mal eben überlegen ich habe natürlich hier wieder ein packer drin nachkommen kleiner das ist auch hier ein ipad back wenn ich darauf klicke dass es immer so hoch und runter geht aber egal dann gehen wir hier jetzt auch mal breit in die base rein oder versuchen das zumindest mal das war wirklich extrem breit gerade ich muss jetzt wieder meine mauerbrecher gut platzieren einmal kurzen test mauerbrecher da setzen und dann lassen wir hier auch wieder rechts und links was laufen und gehen hier jetzt sobald das lager weg ist hier mit den truppen rein unsere pecker so ich lasse mir mal ein bisschen mehr clean ab und ich habe jetzt ich habe jetzt allerdings zwei gut genommen und ein fries also ok den gift habe ich auch noch da muss jetzt mal gleich gucken ich glaube den gift nämlich nämlich dabei die nämlich bei der queen er hat jetzt keine klaren burg dann nehme ich den gift hier bei der bei der queen und nehme jetzt mal hier beide seiten in wut rein ok die gehen jetzt erst mal ja klar die man natürlich jetzt erst mal ein außen rundgang aus da geht da gehen magier mit hier geht jetzt kein magier mit dann schicke ich hier noch mal magier mit bei der queen dass die truppen in jedem fall gleich irgendwie mal reingezogen werden müssen wir mal gucken wo wir uns in den fris müssen uns gut aufbewahren ihr seht es denken gerade die pecker und nicht die und nicht die golems also nehmen wir noch mal hier hinten ein wenig mit rein so die beiden bogenschützen auch und jetzt muss das ja jetzt jetzt in die mitte gehen jetzt hätte ich auch wieder fast fast wieder gesagt okay das dorf war nicht so stark ich brauche den fris nicht mal glaube ich denn den king können wir jetzt schon mal zünden aber so ein bisschen ist er noch da deswegen nehmen wir jedoch mal ja okay der fris war jetzt echt nur auf dem auf dem tesla da hätte ich jetzt vielleicht den x bogen frisen sollen aber trotzdem schaffen wir das hier ganz gut wir schaffen das trotzdem ganz gut und ich lege noch mal einen nach würde ich sagen ich lege noch mal einen nach scheint mir ganz gut zu gehen hier mit dieser truppen kombi den bonus haben wir auch klar spielen haben wir auch im sack wunderbar ja sehr schick da habe ich auf jeden fall noch mal in sack rein hier mit mit dieser armee hier das macht irgendwann macht es auch mal spaß gerade ich meine ich bleibe jetzt immer auf dem dorf um natürlich den boost hier optimal auszunutzen ich weiß nicht ob ihr das immer macht weil ich natürlich jetzt immer gerade in den dörfern bleibt jetzt auch einfach sitzen und nehmen noch so ein bisschen was auf denn irgendwann sind angriffe nicht mehr da ich kann was nicht mehr zeigen weil vielleicht eine wartung war oder sowas aber moment ist es ja recht recht ruhig hier bei clash of clans okay die klaren spiele die changes hatten wir ja durchgeackert und hier sieht es auch ganz gut aus bei den kleinen gäbe 37.000 haben wir schon 705 punkte drei tage ich versuche mal wieder mit möglichst vielen die 4000 punkte zu erreichen und um das maximale abzugreifen aber jetzt damit jetzt muss ich mir das das nächste spiel ein bisschen bisschen genau aussuchen aber heute wollte ich in jedem fall mal diesen komischen go vibe hier unter die lupe nehmen also kann man so machen ist natürlich schwierig sobald du mauerbrecher fehler ist oder so okay dann hat man die pecker dahinter die pecker können einen das auch noch mal aufmachen also wenn man nicht in die base reinkommt mit dem mauerbrecher weil du mauerbrecher fehler ist muss dann halt die pecker direkt dahinter setzen und dann klappt das auch hier mit dem go weit möchte ich folge ganz gut gefallen hat dann lasst mir jetzt am ende ein daumen nach oben da und wir sehen uns in dieser woche in jedem fall mit einigen videos am wochenende ganz hart die cm will ich jetzt mal in jedem video daran erinnern dass wir dort das rathaus 5 turnier wieder spielen über drei tage 29 30 31 da sind wir in jedem fall mit etlichen stunden an streams auch wieder am start mit clash nicht vergessen den will ich mal einhalten und dann wünsche ich euch einen coolen wochenstart bis dahin danke fürs zuschauen euer toto plasht